Herzlich willkommen in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, die eine Vielzahl an verschiedenen historischen und regionalen Sammlungen zur Verfügung stellt, viele auch schon in digitaler Form. Für Coding Da Vinci Niederrheinland haben wir ein Datenset aus der Sammlung des Fotografen Erwin Quedenfeld zusammengestellt. Diese Sammlung enthält mehr als 1700 Fotos von niederrheinischen Städten und Dörfern aus der Zeit von 1909 bis 1920. Von Angermund bis Zons, fast an jedem Ort hat Quedenfeld Fotos gemacht, natürlich auch von Düsseldorf. Aber was ist aus diesen Orten geworden? Lassen sich heute noch Spuren der Häuser, Gebäude und Gärten finden? Reist mit uns in das Düsseldorf vor 100 Jahren und zeigt uns, was man mit diesen Fotos machen kann.